Wiebstehms und ich waren keine Freunde, hat mich von einem Tag auf den anderen rasiert. Ich bin dann zu Tuchel damals ins Büro gegangen. Darauf war eigentlich nur, nein, du brauchst von mir gar nichts erwarten. Wenn ich einmal irgendeinen anderen Ton höre, sehe ich dich bei der zweiten. Kam für dich dann nie in Frage, irgendwie zu sagen, hey, ich spiele nochmal weiter? Natürlich, ich wollte weiterspielen. Für mich gab es auch ein Ziel, wo ich unbedingt hin wollte. Im Sommer ist es aber dann soweit gewesen. Im Sommer bist du dann zu La Ciron gewechselt. Erzähl gerne selber mal, wie der Wechsel mit Lazio zustande gekommen ist. Also er war relativ gegen Ende der Transferperiode. Ich habe eigentlich gedacht, okay, ich habe auch keine anderen guten Angebote gehabt, muss ich auch ehrlich sagen. Und dann kam Lazio rum. Lazio rum, großer Verein in Italien, Miro Klose da gewesen. Italien, Sonne, Strand, genau das, was eigentlich zu mir passt. Du, warum sollte ich das nicht machen? Ja, gemacht. Aber es war eine andere Welt. Du hast dir das auch vorher nicht angeguckt, ne? Ich war einmal dort, habe ein bisschen Deutsch wiedergesehen, aber es ist eine andere Welt. Also wirklich, umso südlicher du in Italien bist, du kannst es mit Deutschland nicht vergleichen. Also jedes andere Land, jeder Verein hat seine eigenen Gesetze oder so. Aber Italien war für mich, ich glaube, ich war damals einfach auch viel zu deutsch. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Bei mir gibt es Regeln, Pünktlichkeit, alles Mögliche. Aber das ist in Italien einfach anders. Ich war im Krankenhaus beim Medizincheck. Kein Doktor konnte Englisch. Krass. Wir haben uns mit Google Transf... Ja, mit Google... Übersetzer. Übersetzer versucht zu kommunizieren. Es hat nichts funktioniert. Es war einfach eine komplett andere Welt. Und ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Ich habe dann gedacht, okay, scheißegal. Du spielst Fußball, das, was du immer machst. Aber Italien ist anders. Also ich war damals, glaube ich, 23, als ich da hingegangen bin. 22, 23. Gefühlt war ich, wie wenn du als 12-Jähriger bei den Profis ungefähr in Deutschland mitspielst. Also dich kannte niemand. Mit dir hat keiner gesprochen, weil keiner Englisch sprechen konnte. Alle nur Italienisch. Ich konnte natürlich kein Italienisch. Ich habe versucht, Italienisch zu lernen. Die haben mir einen Englischlehrer gegeben, mit dem ich auf Englisch Italienisch lernen sollte. Das ist einfach eine andere Welt gewesen. Und ich habe mich da wirklich komplett nicht wohl gefühlt. Und habe es auch nicht geschafft, dieses Unwohlsein auf dem Platz wegzubringen. Weil normalerweise auf dem Platz vergisst du alles. Aber das hat nicht funktioniert. Und ich habe gesagt, auch mit meiner Frau damals, wir müssen weg. Also das passt einfach nicht. Das war ein Schuss in den Ofen. Und ja, im Endeffekt muss ich da so schnell wie möglich raus. Dann bist du in der Winterpause zu Augsburg zurückgegangen. Wie war die Zeit dann in Augsburg für dich? Definitiv schwieriger als die erste. Also ich wurde herzlich empfangen. Ja, aber nicht so wirklich den Fußball gespielt, den ich halt aus meiner Mentalität, Ballbesitz, Ball haben wollen und das Drumherum einfach spielen zu dürfen, spielen zu wollen. Wir waren damals mit Augsburg auch im Abstiegskampf und ich habe dann meine Qualität nicht so einsetzen dürfen, wie es eigentlich abgemacht war. Und ich habe dann nicht so viel gespielt, wie ich eigentlich gedacht habe, erhofft. Und ja, deswegen war das leider in der zweiten Saison, also in der zweiten Mal in Augsburg, nicht so erfolgreich wie in der ersten. Ja, ich glaube, du bist ja im Winter dann da hingegangen. Hast, glaube ich, da in der Rückrunde noch ein paar einzelne Spiele gemacht. Genau. Und dann in der zweiten Saison, in der Hinrunde, glaube ich, gar kein Spiel mehr gemacht. Ja. Und bist dann im Winter auf Laie nach Norwich, Norwich City, England, zweite Liga. Was, glaube ich, du wirst es wahrscheinlich jetzt gleich auch erzählen, aber alleine, wie ich mir das vorstelle, eine wahnsinnig krasse Zeit war. Oder ihr seid in die Premier League aufgestiegen mit dem Klub. Ich habe den Namen, ich glaube, bevor du da gespielt hast, nie irgendwo gehört. Also ich kannte den Klub auch gar nicht. Dann weißt du nicht, wo Harry Kane gespielt hat. Dann weiß ich nicht, wo Harry Kane gespielt hat. Ja, aber ich glaube, jeder, der sich nicht so mit dem englischen Fußball befasst, hatte den gar nicht auf dem Schirm. Bist dann mit dem Klub aufgestiegen, hast Premier League Spiele auch gemacht. Wie kam da der Kontakt zustande? Also kanntest du den Klub vorher, als die angefragt haben? Ich kannte ihn auch nicht. Wusstest du auch nicht, wo Harry Kane gespielt hat? Nein, ich wusste auch nach eineinhalb Jahren, als ich da gespielt habe, noch nicht, dass Harry Kane da gespielt hat. Das habe ich auch irgendwann später erfahren. Ich weiß nur, dass Stuart Weber, der war damals auch bei Huddersfield, der wollte mich dann damals schon zu Huddersfield holen. Und er ist dann bei Nolce gewesen und hat gesagt, komm zu uns. Und ich habe damals gesagt, du, ich passe nicht nach England. Ich passe auch nicht in die zweite Liga nach England. Gar keine Chance. Ich passe eigentlich, so wie ich denke, nach Spanien, Italien. Ja, klar. Und mein Berater hat damals gesagt, du, komm, wir fliegen einfach hin, schau uns anders. Wir können sonst hinfliegen, aber ich werde nicht in England bleiben. Keine Chance. Das bin nicht ich, werde ich nicht machen. Sind wir hingeflogen. Waren dann in der, ja, in Norwich am Trainingsgelände. Sind ins Büro vom Sportdirektor gegangen, haben angefangen zu quatschen. Der sagt einfach, ja, hello, Mo, number 10, is okay for you? Und ich so, hä, wie? Ja, number 10, is good. Aber mein Berater hat gesagt, was passiert hier? Ich unterschreibe doch gar nichts. Ich habe gedacht, wir schauen uns das nur an. Er hat gesagt, ja, ja, passt. Dann kam das Mediateam, hat gesagt, ja, können wir Mo schnell mitnehmen für ein paar Aufnahmen. Ich war wieder mal im Berater, wie ein paar Aufnahmen, ich, wir wissen doch gar nicht, was hier passiert. Also doch, das wollen die nur haben, falls irgendwas ist. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, wo es schon hieß, ja, willkommen in Norwich, dies und das. Ich so, ja, blöd daherkriegt auf Englisch. Wusste nicht mal, was ich sagen sollte, aber okay. Und dann war es wirklich so, dass wir um, ich glaube, um ein Uhr nachts waren wir dann im Hotelzimmer, haben nochmal drüber geredet, haben meine Frau angerufen. Ich so, du, ich weiß gerade nicht, was hier passiert, aber morgen in der Früh muss ich eigentlich eine Entscheidung treffen. Ich kann mir das aber nicht vorstellen. Ich so, es ist zwar super, ich werde super empfangen, alle wollen mich unbedingt hier haben, aber ich, vier Monate, nur die Ausleihe und ich kann es mir nicht vorstellen. Nächsten Tage in der Früh bin ich aufgewacht, waren wieder im Büro. Ja, okay, mach mal. Ja? Ja, da habe ich gesagt, okay, wir machen die vier Monate. Habe unterschrieben, habe meine Frau angerufen, meine Familie angerufen, du, ich bin jetzt die nächsten vier Monate in England. Habe im Hotel gewohnt. Sind die gar nicht mehr drüber gegangen, deine Frau? Ja, die hat mich besucht und so, aber die waren mehr in Deutschland an. Und es war unfassbar geil. Also wirklich die Championship, an sich die Liga, wo ich nie gedacht hätte, dass ich bei dem Wind, bei jedem Tag Regen, bei gefühlten englischen Wetter und allem, so Bock habe, auf die Knochen zu bekommen. Ja. Es war unfassbar geil. Also hast du auch wirklich den Unterschied gespürt zur Bundesliga oder? Also ich weiß noch, erstes Spiel habe ich in Derby Country damals gemacht und habe einen Ellbogen bekommen. Ich habe Sterne gesehen und habe gedacht, okay, der kriegt rote Karte. Ich habe niemals faul bekommen. Krass. Und da wusste ich, okay, welcome to England. Und Championship hat nochmal besondere Gesetze. Aber es ist ehrlich so im Nachhinein wahrscheinlich einer der geilsten Liga, die ich gespielt habe. Und auch das Drumherum, da ist wirklich scheißegal. Ob du rote Haare hast, ob du so bist, so bist. Solange du auf dem Platz Vollgas gibst, darfst du machen, was du willst. Du kannst theoretisch feiern gehen, du kannst Alkohol trinken. Die Zuschauer, die Supporter dort, die feiern das. Die sagen, ja, das ist ja einer von uns, der macht das genauso und so. Du kannst einen Lambo fahren, einen goldenen, wow, geil, gib mal Gas. Es ist eine komplett andere Mentalität wie in Deutschland. Und es war damals einfach, ich habe es genossen. Ich habe es wirklich genossen. Und deswegen habe ich auch alles daran getan, um in Norwich zu bleiben. Wie war dann nochmal der Unterschied mit Premier League? Weil du gerade gesagt hast, die Championship war die geilste Liga, wo du gespielt hast. Premier League ist auch uns was war geil. Es ist halt dann, es ist vom Niveau her brutal. Also wirklich gefühlt in der Championship ist es schon Wahnsinn, dass die in der zweiten Liga einfach Spieler für 30 Millionen, für 40 Millionen holen. Wo du sagst, der macht nicht mal im Bundesliga-Verein mit. Und Premier League ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Also da hast du dann wirklich... Also qualitativ ist die Championship schon unfassbar. Also du hast immer drei Stürmer vorne. Die könnten in jedem Bundesliga-Verein werden die Startelf. Und dann kam die Premier League, wo du gesagt hast, okay, da spielst du halt dann mit Norwich City. Also kämpfst du eh um jeden Punkt. Aber da musst du halt überlegen. Unsere ersten fünf Spieltage waren damals Liverpool, Newcastle, Manchester City, Chelsea. Krass. Und in West Ham. Das waren unsere ersten fünf Spieltage als Aufsteiger. Jetzt siehst du Liverpool, denkst du dir, okay, Chelsea, okay, Manchester City, okay. Und dann startest du eigentlich schon mental. Das ist schon am Ende. Mit Nullpunkten, ne. Und dann war wirklich krass, weil wir, okay, gegen Liverpool haben wir verloren. Gegen Chelsea haben wir unfassbar gut gespielt, leider 3-1 dann, glaube ich, verloren. Dann haben wir Newcastle aus dem Stadion geschossen, gegen Manchester City gewonnen. Krass. Und sind dann doch anders gestartet, wie jeder erwartet hatte. Aber da kann halt einfach sein, dass du fünf, sechs Wochen hintereinander auf den Sack bekommst. Und das ist halt mental schon ne Hausnummer. Was ist in der Saison passiert? Weil ich hab gesehen, du hast dann neun Premier League Spiele gemacht für Norwich. Warst du dann irgendwie verletzt oder hat sich irgendwas verändert? Trainer gewechselt? Wir hatten damals dann eine kleine Auseinandersetzung, oder keine Auseinandersetzung, einfach in Manchester United gespielt. Und dann hatte der Trainer eine andere Idee, wie wir eigentlich sonst immer gemacht hatten. Und ja, nach dem Spiel hat es halt nicht so funktioniert. Nach dem Spiel haben wir auch ganz normal darüber gesprochen. Wirklich, ja, nee. Wir wollten es so ausprobieren, hat nicht funktioniert. Lass uns wieder auf die Situation einstellen, wie wir es davor gemacht haben. Und alles ist gut. Und ich so, klar, bin komplett der Meinung. Aber ab dem Tag an war irgendwie, ja, menschlich der Wurm drin zwischen mir und dem Trainer. Und das war dann ein Grund, wo ich dann plötzlich nicht mehr gespielt hatte. War das Jahr drauf, hab ich dann gesehen, dass du dann noch ein Spiel, glaube ich, in der zweiten gemacht, bei Norwich. In der U23 war das, glaube ich, ne? Ja, ich wurde dann auch noch operiert und so. Auch, ich war dann auch raus. Was hattest du? Also, als das mit dem Trainer war, habe ich natürlich noch weiter versucht durchzusetzen. Aber das hat nicht mehr geklappt. Und dann hatte ich Leisten-OPs, musste an der Leisten operiert werden. Und dann hieß es auch, wir machen mit dem Trainer weiter. Ja, ich soll schauen, dass ich anderen Vereinen finde. Und dann bist du im Sommer 2021 in die Schweiz nochmal gewechselt. Um das abzukürzen, wie war die Schweiz für dich? Noch ein anderes Erlebnis? Es ist kein Fußballland. Nee? Nein, es ist leider kein Fußballland. Zürich ist eine unfassbar schöne Stadt, also wirklich unfassbar schön. Sensationell. Also von den Fans her, der beste Klub in der Schweiz definitiv. Wir sind dann auch überraschend Meister geworden. War auch nochmal eine geile Erfahrung. Aber es war nicht meins. Es ist kein Fußballland in dem Sinne, dass man sagt, die Menschen geben alles für den Fußball. Sondern gefühlt waren mehr auf dem Christkindlmarkt als bei uns im Stadion. Und das bin ich auch nicht. Und deswegen habe ich das damals dann auch gesagt, du, ich möchte nicht in der Schweiz bleiben. Es war schön, danke. Wir haben eine Meisterschaft noch mitgenommen. Unglaublich. Und aber dann ist auch mein Kleiner zur Welt gekommen. Und für mich war klar, dass er in der Schweiz für mich beendet ist. Ja, und dann bist du jetzt seit Sommer 2022. Erstmal vereinslos. Genau. Spielst jetzt in der Baller League. Und du bist, wir haben uns die Tage, haben wir noch bei WhatsApp geschrieben, du bist jetzt 31. Du wirst dieses Jahr im Dezember noch 32. Also wenn man sich immer deine Insta-Stories anguckt, macht er morgens immer seine Klimmzüge, seine Läufe, du bist ja topfit. Kam für dich dann nie in Frage irgendwie zu sagen, hey, ich spiele nochmal weiter? Natürlich, ich wollte weiterspielen. Für mich gab es auch ein Ziel, wo ich unbedingt hinwollte. Und das war? Das waren die Löwen. Okay. Ich wollte unbedingt zurück in die Heimat. Nach Zürich. Es ging auch nie um Geld oder so, sondern ich wollte einfach, mein Papa war da, dem ging es gesund. Besonderheitlich nicht so gut. Ich wollte meinen Kindern auch wieder näher an der Family sein, ich wollte unbedingt zurück zu den Löwen. Es war eigentlich auch alles fix und dann kam einfach eine Absage, wo bis heute nie irgendwie weiter kommuniziert worden ist. Ich bis heute nicht erfahren habe, warum, weshalb. Und die haben einfach gesagt, der Nimo klappt doch nicht. Es kam eine E-Mail, wo es hieß, ja, wir machen es doch nicht. Ja. Und dann war ich auch, habe ich gesagt, okay, was ist denn jetzt falsch? Ja. Und ich überlege, eigentlich war alles fix und es ging nie ums Geld. Ich wollte einfach mit dem Verein auch wieder zurück in meine Heimat und ich war wirklich topfit. Ich war, ja, bist ja jetzt noch topfit. Das auch. Ja. Aber damals war es schon noch was anderes. Also ich war ja in der Schweiz, habe ja gespielt, auch alles mögliche. Und dann hatten die eine andere Idee, haben es ein bisschen unverschämt mitgeteilt. Ja. Das ist echt nicht cool. Vor allem, wenn man überlegt, wie lange du da gespielt hast, auch in der Jugend. Gut, da waren natürlich andere Menschen da, die nichts vielleicht nicht mehr wissen wollten oder auch nicht die Geschichte davor kennen. Aber, ja, danach hatte ich auch erstmal die Schnauze voll, muss ich auch sagen. Also, habe ich nicht gedacht, dass sowas noch passiert, aber dann habe ich wirklich alles gesehen gehabt und habe gesagt, du, ich will damit erstmal auch nichts mehr zu tun haben. Und, ja, seitdem kamen schon noch mal ein paar Antragen. Aber ich habe auch gesagt, wenn ich etwas mache, dann soll es zu 100 Prozent klappen. Wenn etwas kommt, setzt man sich hin, auf eine gute Art und Weise. Und wenn nicht, dann eben nicht, dann ist es wie es ist. Ja, also wäre es so theoretisch jetzt abseits von der Baller League, wenn die Saison vorbei ist, ist jetzt glaube ich heute der vorletzte Spieltag, wäre es auf jeden Fall, wenn das passende Angebot kommt, würdest du auch sagen, hey, ich habe noch mal Bock zu spielen. Also, du hast jetzt nicht offiziell deine Karriere schon beendet? Nein, ich habe offiziell meine Karriere nicht beendet, im Zielsinn. Ich spiele lieben gerne Fußball, aber wie gesagt, es muss einfach passen. Und alles, was ich in Zukunft auch mache, ist zu 100 Prozent ich, bin zu 100 Prozent ich. Und wenn etwas kommt, ich setze mich gerne mit jedem hin, quatsche über alles und wenn es passt, passt es. Wenn nicht, dann ist es auch okay für mich. Und mein Mann ist auch ein bisschen älter geworden und ich habe echt viele Sachen gesehen. Ich habe viele positive Sachen erlebt. Ich habe viel Dreck auch fressen müssen, bin auch oft hingefallen, aber immer wieder aufgestanden. Und das werde ich auch weiterhin machen. Deswegen, ich liebe den Fußball. Fußball zu spielen und wenn etwas ist, gerne jederzeit. Aber wenn es nichts sein soll, dann muss es auch nicht. Auch wenn die Löwen nochmal fragen? Wenn die richtigen Leute fragen, dann kann ich mir das bei denen immer wieder vorstellen. Das ist doch schön zu hören. Und jetzt Paul Alic, das ist so die letzte Etappe, was mich noch interessiert. Wie bist du darauf aufmerksam geworden oder wie kam das überhaupt zustande, dass du hier mitspielst? Das ist eigentlich ganz einfach. Lasse kam damals zum Beispiel auf mich zu und hat gesagt, kannst du dir das vorstellen? Man hat sich ein bisschen schlau gemacht, auch mit den Jungs gesprochen, mit Mats. Man kennt ja einige, die auch ein bisschen was damit aufgebaut haben. Und dann kam die Frage, du willst du mal kommen als Wildcard-Spieler oder irgendwas? Und irgendwann habe ich die Entscheidung gesagt, ganz ehrlich, ganz oder gar nicht. Weil das bin ich einfach. Und ich habe dann gesagt, du, ich mache es ganz, ich bin dabei. Und ja, wie ich gesagt habe, wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent. Und ich glaube, man merkt auch einfach auf dem Platz, egal wo du spielst, wenn du Fußballer bist, gibt es nichts Schlimmeres wie verlieren. Und Fußballspielen macht auch einfach nur Spaß, wenn man gewinnt. Deswegen müssen wir heute mal wieder angreifen. Glaubst du noch, dass ihr Final Four schafft? Wenn ich nicht daran glauben würde, dann würde ich nicht herkommen. Es wird auf jeden Fall schwierig. Es hat sich in den letzten paar Wochen ein bisschen was getan. Aber ja, ich will auf jeden Fall heute gewinnen und dann auch das letzte Spiel noch. Ich fand es richtig, richtig spannend. Ich hoffe, für dich war es auch cool, alles nochmal durchzuleben, deine ganze Karriere. Man hat es auch noch nie so wirklich erzählt, wie es wirklich ist. Das Geile ist ja, wenn du so ein bisschen jetzt raus bist, auch bei einem Verein, kannst du auch ein bisschen freier reden. Ja. Und dann kommen auch Sachen auf, wo man sagt, ah echt, jetzt war das so und so. Und ja, im Endeffekt ist das so meine Geschichte. Ich weiß auch, dass es nicht nur bergab gibt, sondern dass auch wirklich ich ab und zu auf den Boden gefallen bin. Aber für die Zukunft ist, glaube ich, auch mal ein steiniger Weg immer hilfreich. Ist wichtig, da lernt man draus. Genau. In diesem Sinne, war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, schaut natürlich auch gerne bei Mo vorbei. Verfolgt die Border League, drückt den Last Ligas Ladies die Daumen, dass ihr dann noch die Final Four erreicht. Wie gesagt, schaut gerne bei Mo bei Instagram vorbei. Meine ganzen Social Media Kanäle findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns nächste Woche am Freitag wieder bei einem neuen Video. Ciao, ciao. Adios.